Du könntest meine beste Freundin sein, weil du anders bist. Ich dachte, du bist anders. Bin ich auch. Aber du magst nicht mit mir spielen, weil meine Mama und mein Papa komisch sind und weil du Angst hast. Angst, 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 Angst. Ich weiß ja nicht, wie das bei Ihnen ist, aber in diesem Land ist das so. Es darf nichts anders sein. Sonst wird unsere Welt enden. Unser aller Leben wird in einem herrlichen Chaos verglühen, wenn wir nicht alles so lassen, wie wir es kennen. Alle sind kaputt und die ganze Welt ist kaputt. Doch etwas wird das immer überleben. Und das ist die deutsche Mittelmäßigkeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020